Der Niedersachsen-Zidane. Simakala, auch trickreich. Simakala gegen alle. Simakala! Was für ein Tor! Simakala gegen Brinkis. Die sechste Minute an der Bremer Brücke. Und da ist es! Simakala. Kleinhansen. Kleinhansen! Wulff ganz einfach vorbei an Kraulich. Wulff mit dem dritten. Hause gegen Verl und eben im Hinspiel gegen Osnabrück. Auswärts in Dortmund, in Köln und in Zwickau. Und das ist das Tor von Traori! Simakala probiert. Simakala! 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 Auf das, was da jetzt kommt. Simakala! Und die Vorfreude war begründet! Der VfL dreht das Spiel! Auch der erste Handelfmeter war ja dann doch eher glücklich für den VfL. Simakala gegen Drinkis. 4-3! Simakala gegen Militz! Ausgleich! Simakala, ganz cool, zur Führung für den VfL! Simakala bleibt eisekalt! Der Arm sich vom Oberkörper löst. Und damit ist es eine aktive Bewegung. Der Elfer sitzt von Simakala! Nicht zu halten für Mort Behrens! 3-3-0! Abgezockt, Osnabrück und auch hier der Pass ist gut. Wäre kein Abseits gewesen. Und auch der ist nicht im Abseits! Simakala! Florian Klein-Hansel kommt aus dem Schatten! Und da ist das Tor! Und Simakala! Und dann ist der Ball im Tor! 27. Minute! Das 1-0! Wulf. Auf Simakala! Simakala! Der ist drin! Die Bremer Brücke! Steht Kopf! Tesche, autoritär im Zweikampf. Simakala! Simakala! Gute Idee, Tesche! Tesche! Und da ist die Riesenchance! Simakala 2-0! Zehn Minuten noch. Erste Hälfte. Das war mal ein Versuch aus dem Halbraum. Oh! Oh! Den nimmt er noch! Den trifft er noch! Ballverluste hat im Vorwärtsgang und sie machen nichts draus. Auch hier wieder das Missverständnis und jetzt vielleicht sogar die Möglichkeit für Simakala! Und das ist der Ausgleich! Osnabrück. Bermann! Guter Kopfballtor! Engelhardt! Und der ein gutes Spiel macht! Und der ein gutes Spiel macht! Und hier Simakala findet! Und dann steht er sehr tief, macht die Räume eng. Und so knackt man so ne Abwehr. Und so knackt man so ne Abwehr! Jempfi oder Bermann! In dem Fall Tauri! Tor! Alle Spiele live. Nur bei Magenta Sport. Untertitelung des ZDF für funk, 2017